So, da ist der Big Daddy. Oh, ich hänge fest. Oh. Jetzt gehen wir ja auch die Viecher hier auf den Sack. Oh. Ich kriege, ich kriege, ich kriege. Der macht mich hier fast fertig. Ja, nachladen. Jetzt geht mir doch die so eine alte Schraballe auf den Sack, ey. 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 Ist doch nicht die... Leck mich auf den Arsch, Mann. Komm mal, Jammele Süße. Ei, 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 ei. Tod. Die Leute, wir haben voll. Das sind die. Jeder Einzelne. Danke. Was? Wer will was hier? So, ab, ey. Ist doch... Ah. Meins. Warte, aber ich wäre schön blöd, wenn ich es nicht machen würde. Was ist denn so eine... Ach, da. Gott sei Dank. Jetzt noch... So, eines brauchen wir nur noch zwei von denen. Down sind sie. Und schon hätten wir es. Boah, ist das ein Spiel, ey. Was tue ich mir bloß an hier? Herzmaul. Willkommen im Zirkus der Wirt. Wir haben es halt mal rechtlich eingekauft. Hätte ich mal Schrotmolition gekauft. Oh. 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 Oh, ich dachte, hier wäre jemand. Ich muss jetzt in die Haier, Mr. Bubbles. Der Parasit hat ein Auge auf Rapture geworfen. Halten Sie Ausschau nach ihm. Ist nicht wahr, ey. Wie viele müssen wir von denen entkämpfen, bitte? Aber ich glaube, ich weiß, wie wir einen kriegen. Okay, da weiß ich auf jeden Fall... Wie soll ich denn da jetzt durchkommen? Ich habe die Flammenkacke nicht mehr. Okay, da ist das Gerät. Ich habe es nämlich gerade gesucht. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, wie er ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien. Du musst es mir ja nicht sagen. Und ja, habe ich gesagt, wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. Am Arsch hier. Frissblei! Oh, es geht, es geht, es geht, oh. Bis jetzt komme ich noch gut davon. Mit der Waffe komme ich aber nicht weit. Ich glaube, es geht noch nicht weit. Ich bin grad voll konzentriert und da ist schon mal das scheiß Maschinen-Gewerr. Kack-Ding. Habe ich's getötet? Ich glaube hier bleibe ich. Die sind einfacher als ich dachte. Jetzt häng ich hier fest. Die ist zu, ist zu. Wo ist jetzt die kleine Little Sister? Wo ist die kleine Little Sister? Warte auf die Scheiße! Mhm. Mhm. Da. So. Jetzt geht das scheiß Ding nicht mehr auf den Sack. Aha. Oh. So. Nächster Versuch hier. Oh, ich hab das Gefühl, ich bin so still gerade. Und die Konzentration, die gerade in mir steckt, ey, das ist... Unbelievable. So. 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 Und so. Noch ein Gerät, das kann man nämlich hier gemütlich... ...in leeren Schrank gut achten. In leere Kiste. Oh. Was sind jetzt diese kleine little sister, die wir jetzt hier gerade... ...den Big Daddy, ja. Bouncer, die sind alle Bouncer, komischerweise. Ich habe davon Kenntnis erhalten, dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren. Es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Trencher daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Pterasiten werden bestraft. Ach du Scheiße, das wird jetzt ein bisschen schwieriger hier, ey. Ähm... Zack. 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 Und trotzdem noch geschafft. Ach. Hallo, wir sind ja Schnäppchen-Näger, wir müssen das machen. Ähm... Was brauchen wir denn? Ja, von allem etwas, ne? Willkommen im Zirkus der Welt. Boah, Schrot ist so teuer, ey. Das reicht erst mal. Boah, noch so ein Vieh. Ich werde erst mal von... Boah, ist nicht wahr. Ja, wir sind jetzt die ganze Zeit nur hier. Ähm... Ach, der Pfeil da oben. Och, ich bin doch so ein Idiot. Tut mir so leid. Ja, ja, ich beeile mich schon. Bumm. Bumm. Boah. Langsam fahre ich aber richtig auf Höchsturn hier. Die war vorhin schon ausgeräumt, da ist nichts drin, da waren nur Granaten und die hat alle verballert. So. Hier ist nochmal... Aha. Ich gucke nochmal kurz hier. Davor habe ich dann noch jemanden getötet, oder? Da. Nein, weggesagt. Da ist... Da ist eine Kiste. Die ist leer natürlich. Hier war nichts. So, man muss ja nochmal gucken gehen, weil hier ist alles ein bisschen Mangelware. Sicherheitsalarm deaktiviert. Danke für Ihr Verständnis. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es geschafft. Lohm jetzt drüber nach Port Mention. Ich freue mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln. Okay. Aber erst mal nehme ich noch ein bisschen Kleingeld. Obwohl, wenn man es richtig drauf hat, kann man diese Big Daddy Dinger da ordentlich farmen. Lass mal ordentlich... Oh, 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 oh. Hat man richtig Geld, ey. Aber leider bin ich nicht so. Neptuns Bounty. Äh. Äh, was nehmen wir denn? Denk mal das hier, oder? Neptuns Bounty. Wenn deine Plasmide ihre Wirksamkeit gegen stärkere Feinde verlieren, solltest du dich auf die Suche nach besseren Versionen dieser Plasmide machen. Rapture, Metro, Neptuns Bounty. Schmuggler, oder Schmuggler, oder... Oder... Schmuggel, Snuggel. Warte, muss man die Tür auf hier? Was? Hihi. Jetzt hattest du das Vergnügen, Andrew Ryan kennenzulernen. Er hat das alles hier aufgebaut, und er ist auch derjenige, der es zerstört. Niemand weiß, was genau passiert ist. Vielleicht ist er durchgedreht. Vielleicht ist ihm die Macht zu Kopf gestiegen. Vielleicht hätte sich ein, oder dazu entschlossen, seine Mitmenschen zu hassen. Wie auch immer, auf jeden Fall mussten gute Männer ihr Leben lassen. Meine Familie befindet sich in einem U-Boot, das unter den Fontaine Fisheries versteckt ist. Dort treffen wir uns. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Oh. Körpertoniker machen die stärker mächtige Klicke, um zu sehen, welche du momentan installiert hast. Plasmide geben... Was ist denn hier? Es wäre schön zu wissen, was man hier machen kann. So, jetzt sind ich jetzt hier an Klicke, verschwinden die, oder wie? Achso. Abfacken. Oh. Oh. Ich will hier noch was aufbauen. War das nicht so, dass es nicht irgendwie ging? Mann. Willkommen im Zirkus der Werte. Hm. Austauschen. Hm, nee. Sag mal, Lutz und Söhne. Sag mal da. Wenn ich jetzt hier lang gehe, komme ich nicht mehr zurück. Sicherheit geht jeden... Sicherheit geht jeden etwas an. Warte, ich schieße das Glas ein. Oh. Geht ja wirklich. Geht aber anscheinend nicht kaputt. Gott sei Dank. Das ist ja kein Erzählen hier. Was krabbelt da in meinem Garten? Na komm mal her. Ach, Mann. Ich wollte gerade ein bisschen putzeln. Weiß, 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 weiß. Aber die Tage vergehen wie im Flug. Äh. Heile. Na, was, was, wie teuer? Ach so. Oh, nicht nach 73 Dollar, aber das ist mein Geld, was ich habe. Das ist doch jetzt nicht wahr. Oh. Mäh. Scheiße, man. Hätte ich mal nichts gemacht. Nein, ich habe gar nichts mehr vor dem Leben zu achten. Hä? Der hat ja gar kein Leben verloren, kann das sein? Ach, wie schön, da sind wir ja wieder. Willkommen im Zirkus der Werte. Mach halt doch den Maul. Der ist ein stinke Sau. Ich glaube, den lasse ich weiterziehen. Ach, der ist doch schon von alleine weitergezogen. Da unten ist er. Wie soll man den denn bitte schon töten, ey? Der ist doch schon. Na komm her jetzt hier Der ist stark ey Nein, lass mich befrieden Ich bin tot Ist doch nicht die Bitte am Arsch der Welt wie nix hier ey Ey Ich bin so schlecht Mit einer Hand voll Furz ey Sollen wir da noch was schaffen jetzt hier Ja, interessiert mich jetzt nicht Der hat doch echt wieder volles Leben, der Schwein Ich hab ne Idee, ich hoffe das funktioniert auch Ich hoffe das überleben wir auch So der kommt da hin Und der kommt da hin So, dann knall den mal ab Ich versteck mich einfach Ist zwar richtig feige, aber Nein So Ja Ja, da war ich Hopps Da, ich hau dir an, ihr aufs Maul Blöde Kuh Da, ich hab' dir an, ihr aufs Maul Ja, da war ich Albo Ja, da war ich Untertitelung des ZDF, 2020